Oben hat dann diese dritte Raketenstufe Probleme bekommen, ist ins Trudeln geraten und ist explodiert und da ist dann diese Spirale erschienen. Verstehen Sie, was ich meine? Das heißt, die müssen das, ich meine, das geht durch Finnland durch, ja? Und sowohl die Norweger als auch, also die Norweger wussten nichts, die Finnen wussten nichts, aber finden Sie nicht, wenn Sie jetzt ein Land regieren, dass Sie Lust hätten zu erfahren, ob die Nachbarn einen Raketentest über ihrem Hoheitsgebiet ablaufen lassen, noch dazu von so einem Ding, was in der letzten Zeit immer explodiert ist? Also ich meine, verstehen Sie, was ich meine? Und es wird also eben gesagt in den Massenmedien hier, ja, das ist klar, das war hier eben dieser Raketentest. Also möchte ich erst mal ganz klar sagen, da gab es diese zwei Sachen. Da gab es den Raketentest und dann gab es da diese Spirale. Und jetzt gehen wir doch nochmal zurück zu den Berichten, ist denn das wirklich so, dass die Russen das da abgeschossen haben? Und da habe ich hier diesen Bericht gefunden von Russia Today, russische Nachrichtenagentur. Die sagen mir, ja, der hat einen Raketenstart, der ist schiefgegangen, aber das russische Verteidigungsministerium bringt die Spirale und den Raketenstab nicht miteinander in Verbindung. Sagen wir. Ja, viel Spekulation. Hier haben Sie jemanden vom norwegischen Verteidigungsministerium. Wir sind immer noch nicht sicher, um was es sich bei dem Objekt handelt, gesagt, der norwegische Minister. Und was die Informationen, die wir haben, ist geheim. Wissenschaftler haben also dann angefangen zu suchen und hier haben wir einen Genereidirektor von der norwegischen Raumfahrtagentur, der sagt, es sah schon aus wie ein Raketenstart. Und man kann dann eben eine schöne Spirale machen. Und die nächste Frage ist natürlich, wo ist denn die Spirale, wo kam die Rakete her? Und er sagt hier vom norwegischen Fernsehen, das wahrscheinlichste ist, dass es eine Rakete war aus den Weißen, und der hat das russische Militär gesagt, dass man gar nichts damit zu tun hat. Und hat dann später gesagt, ja, wir haben ein Problem gehabt, und hier haben wir ein Sprecher vom Verteidigungsministerium in Russland, der gesagt, alles ging gut bei den ersten beiden Stufen, als die Rakete da geflogen ist. Aber bei der dritten Raketen ist es, gab es dann Probleme und die Rakete ist abgetrunken. Das ist ein Problem. Also, ja, jetzt geht es hier nochmal um die Bulava-Rakete, die ja das neueste Spielzeug des Russischen Militärs ist und der Bericht schließt ab mit den Worten, also auch wenn es vielleicht eine Rakete gewesen ist, es sind trotzdem spektakuläre Bilder. Aber hatten die denn nicht vorher gemeldet hier, dass es vom Militär war? Das sind wir doch reingegangen, oder? So haben wir doch alle die Zeitung aufgeschlagen, völlig erregt, was ist denn diese Spirale? Und dann haben wir das gelesen, haben wir auch, ja gut, alles klar, wissen wir ja jetzt Bescheid. Wie kommen die denn jetzt dazu zu behaupten, dass das von der Rakete ist, wenn aber selbst das russische Verteidigungsministerium und das norwegische Verteidigungsministerium sagen, gut, also gibt es einen Raketentest, aber was hat denn das miteinander zu tun? So, und dann habe ich jetzt dieser Artikel mir nochmal genauer angeguckt und das sollten Sie vielleicht auch machen, wenn Sie nachprüfen wollen, wie wahrheitsgemäß über etwas berichtet wird oder wo eine bestimmte Schlüsselinformation herkommt. Ja, gucken Sie sich einfach immer an, wer sagt das? Und dann gucken wir doch einfach mal hier. Hier steht in diesem Artikel drin, es sind Quellen aus dem russischen Militärbereich, steht hier in dem Ding drin. Und hier steht, das meldet, dass es der Raketenstart war, der für die Spirale verantwortlich ist, melden diese Zeitungen unter Berufung auf Verteidigungsinsider. Ah, verstehen Sie? Verteidigungsinsider. Ich habe mal so jemanden getroffen. Das sind Leute, die sagen, hey, ich bin ein Verteidigungsinsider. Hier ist mein Ausdruck, das kann ich dir nicht zeigen. Aber du, ich kann dir zwar nichts, ich kann weder unterschreiben, was ich sage, noch darfst du ein Foto von mir machen, noch darfst du irgendwer irgendwie sagen, wer ich bin. Aber ich verrate dir jetzt voll das Geheimnis, und zwar, das war die Rakete. So läuft es. Und dann stehen die Journalisten da und sagen sich, oh ja, der hat mir hier diesen Ausweis gezeigt, und der ist ja vom Militär, und dann wird er ja wohl irgendwie so, und dann, klar, und dann wird das gemeldet. Aber diese Botschaft kam erst einen Tag später, als die Russen und die Norweger und alle gesagt haben, wir haben keine Ahnung, was das ist. Und wenn man dieser Spur hier weiter nachfolgt, ich habe da wirklich lange rumgeguckt, Sie finden keinen Menschen vom Verteidigungsministerium oder irgendjemanden, der sagt, ja, unsere Rakete ist für diese Spirale verantwortlich. Sie kriegen sehr viele offizielle Leute von den Russen, die sagen, wir hatten einen Raketentest, das ist für mich irgendwie bewiesen, aber Sie kriegen, und Sie kriegen viele Leute, die die Spirale gesehen haben, aber Sie kriegen niemanden von offizieller Stelle, der sagt, diese Rakete hat diese Spirale verursacht. Verstehen Sie? Die einzigen, die das behaupten, sind eben diese ominösen Schlapphüte hier, diese Insider aus Verteidigungsquellen und so weiter. Tja, und da ist natürlich jetzt die Frage, was könnte es denn dann gewesen sein? Und da muss ich jetzt sagen, dann muss ich auch spekulieren oder mal so ein paar Spekulationen vorstellen. Was schon interessant ist zu erwähnen, ist, hier oben ist Tromsel, da wo das gesehen wurde, also das wurde hier in diesem ganzen Bereich gesehen, ja, und hier unten befindet sich eine hochinteressante Forschungsanlage, es ist so ähnlich wie HAARP, so sieht es aus, die heißt IceCut. Dort werden hochfrequente UHF und VHF, im UHF und VHF-Band Strahlungen in die Atmosphäre geschickt und es ist ja bekannt, dass man mit HAARP das HAARP geeignet wäre, Wetterphänomene auszulösen. Tja, ob das jetzt in dem Fall aber so gewesen ist, weiß ich nicht. Es gibt Leute, die haben sich sehr hervorgetan und haben gesagt, ja, das kann ja kein Zufall sein und guck doch mal und so. Und also Richard Hoagland, um ihn jetzt mal mit dem Namen zu nennen, das ist ein berühmter amerikanischer Forscher, der ist der Erste, der das rausgefunden hat, dass es dort in der Nähe ist und hat gesagt, guck doch mal und jetzt steige ich hier weiter ein und jetzt nächste Woche im Teil 3 veröffentliche ich alles, was es darüber zu veröffentlichen gibt. Und es gab aber nie einen Teil 3, also er hat einen ersten und einen zweiten Teil gemacht, hat aber nie erzählt, was ist jetzt eigentlich der Beweis dafür, dass das irgendwas damit zu tun hätte. Ich habe nichts gefunden. Wenn Sie was gefunden haben, bitte. Eine andere interessante Sache ist, dass es so etwas Ähnliches schon mal in China gab. Wir haben hier einen Augenzeugen von 1988, ich habe über unsere Kontakte im Berliner Tiangong-Institut, die ja aus China sind, dieses Video übersetzen lassen. Und dieser Augenzeuger erzählt gerade, dass diese Spirale, die er da 1988 gesehen hat, sich ganz ähnlich bewegt hat wie die norwegische, hat sich auch so gedreht, aber dann hat sie sich nochmal umgekehrt, gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Und er hat sich gefragt, was das wohl sein könnte, was das wohl gewesen sein könnte. Er hat keine Ahnung, hier ist also dieses Phänomen, was man hier sieht. Wobei dieses Video, hier sehen Sie auch, dass es die Ähnlichkeit, die das hat. Aber Sie sehen, sie ist auch nicht ganz so gut aufgebaut, wie diese andere Spirale in Norwegen. Die Spiralarme sind größer, sind nicht so viele. Und hier sehen Sie missglückte Raketenstads, wo der Treibstoff rauskommt. Ja, könnte auch sein, dass es das war, im neuen MUFON-Forschungsbericht wird übrigens davon geschrieben, dass diese spiralförmigen Objekte schon von hunderttausenden Menschen in China gesehen worden sind, bei elf Gelegenheiten, immer wieder solche komischen Dinger. Und das ist also wirklich, also wir haben es gesagt, es ist irgendwie unfassbar einfach, diese Spirale in irgendeiner Kategorie zu pressen. Alle Gemeinsamkeiten, die wir hier zwischen chinesischen und norwegischen Spiralen machen, sind natürlich höchst spekulativ. Wir müssten also mal die Anwohner fragen. Und wir haben da etwas vorbereitet. Juhu, bist du schon vor der Tür? Okay, wunderbar. So, ich stecke dich jetzt hier dran.